Musik was das für ein Spiel ist. Ich hab nur Gutes davon gehört. Gleich... Wart da für euch. Los. So, da wollen wir mal schauen. Hey, ganz ruhig. Nicht so hektisch. Hey, guckt mir einer an. Ein Schenk. Wart da ist nicht so hektisch. Wart da ist nicht so hektisch. Wart da ist nicht so hektisch. Noin, 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 noin. Noin, noin, noin. Noin, 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 noin. Noin, noin, noin. Was für ein Arschlochkind. Arschlochkind, klaut uns einfach den Ball. So ein Penner. Und die Hand? Jetzt? Okay. 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 Hier Pinocchio. Ah, okay. Wer kommt jetzt? Das heißt, wir sollen hier lang gehen, ja? Gehst du nicht weiter? So. Alter, die Geräuschkulisse. Geht denn ab? Oh. Ja. 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 Das ist bestimmt so ein komisches Äffchen. Boah. 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 Ja. Ja. Und jetzt? Was? Was für eine Psycho-Scheiße, ey. Ja. 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 Genau. Hat das alles zerstückelt und er läuft halt rum und hehehehehe. Wie im Fernsehen. 12 Mann rennt so ein Ding hinterher. Oder was bist du? Alter, das Spiel, das ist ja... Äh. So. 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 Will ich wirklich wissen, was da drinne ist? Wie die Luftpumpen artig hier? Pumpen wir die jetzt immer weiter auf oder? Gib mir mal dein Auge. Das war eigentlich ein Scherz. Das war ein Scherz, ich will das doch nicht mehr haben. Das war ein Scherz. Wir müssen endlich weiter. Untertitelung. BR 2018 All right. Da verdenkt sich denn sowas aus, bitte. Ja. Sind da die Hände an die richtige Position oder? Ja. Upsala. Bist du? 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 Ich bin zugleich fasziniert, sowie auch ein bisschen perplex von dem Spiel, muss man schon mal sagen. Da freut er sich. Da freut er sich. Da freut er sich. Da freut er sich. Ich weiß nicht, welches Spielzeug er hat. Okay. Und ich zieh nochmal. Okay. 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 10, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Und tschüss. Ja, genau. Sieh ab! Ich bin festzuhalten. Halt fest. Halt fest. Halt den Kopf fest. Ja, 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 ja. Hundi. Hundi, bubundi. Ja, ich trommel dich schon. Ist gut. Ich trommel dich ja schon. Ich trommel dich ja schon. Ich trommel dich ja schon. Ich trommel dich ja noch einen Namen. Danke. Mich danken dann mich. Ich trommel, dass das da reinkommt. Das magische Cube. Oh, jetzt. Du hast mich beschissen. Du hast mich beschissen. Miesesau. Miesesau. Ja, ich trommel. Ich trommel. Ja, das ist gut. Du hast dich nicht. Ja, das ist gut. Ich trommel. Du kannst dich nicht. Mein Ende, die Geräusche, Alter. Nein. 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 wir können uns in augen eine kerze holen ist richtig verstanden ich habe ich wird sich für uns nichts was sollen wir tun na klar, er wollte irgendwie eine Kerze aus dem Auge ja, ok bin ich gut oder was oder bin ich gut hier gibst du dich zuerst das richtige Timing na da bist du geschaut spring in Abgrund, genau ja ab in den nächsten Traum nicht gut ich habe mich beobachtet ja toll hol doch, guck das Kuscheltier weg das ist super ja 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 Du bist ein Sonic-Attack? Nein. Guck mal, ein Hasi. Geh mal, mein Hasi. Mein Hasi. Ich will jetzt nicht, dass ich sauer werde. Der klingelt, das Glöckchen. Dann verschwindet er durch ein Portal. Das habe ich nicht verstanden. Wir tun einfach ins Loch greifen. Wir schauen erstmal, was hier so los ist. Okay, der hat mir die Welt schon mal gerundet. Was ist das? Was ist das? Oh, kundio. Nein. Und nun? Und nun? ich glaube ich weiß was wir machen ich glaube wir müssen die hasen vor dieses loch locken damit dieser große hase damit der große hase den nämlich angreift damit wir genug zeit haben für was auch immer ganz schön hässliche hasis und du noch mit Schau dir, schieb dir rein, das gute Ding. Okay, und die Glocke ist glücklich. Lass mal klocken. Das sind noch kannibalen Häse. Das ist aber jung. Ganz viele Hasis. Die Glocke ist glücklich. Das ist glücklich. Das ist glücklich. Ja. Okay. Okay. Was ist so gut? Ähm... Der zerrt den an den Löffeln da rum. Okay, also müssen wir mehr Hasis machen. Wir machen mehr Hasis. Hm. Ja. Gut, jetzt haben wir drei Hasis. Jetzt ziehen sie zu dritt dran rum an der Riesenkarotte oder was. Alter, die ziehen sich da an den Löffeln. Die müssen doch, weiß ich nicht, noch die Löffel rausreißen. Okay, wir müssen immer mehr Hasis machen, bis sie die Karotte draußen haben. Äh. Werdei. Das ist schon ein bisschen kranker Scheiß hier, hä? Gibt es noch Karotten? Gibt es denn hier noch Karotten? Aber wir müssen mal helfen. Packen wir mit an hier an der Karotte. Jawohl, geht doch. Ja. 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 Ja, kriegt man die nicht rausgezogen? Ich denke, die stecken jetzt alle fest, ja? Okay, einer ist nochmal frei. Schaden. Hm. Hm. Ich mach mal nur. Soll ich mal nachhelfen? Oh, die Klocke ist glücklich. Oh, die Klocke ist glücklich. Der arme Hasi. Der kleine Hals, ich lass da wohl in Ruhe oder was? jetzt guckchen ja 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 Tablette können wir die hier drauflegen wir wollen wegschmeißen ne einfach wegschmeißen ok aha das ist eine Bühne oder? das sollte eine Bühne darstellen ne sind wir hier beim Supertalent oder was? jetzt walk and roll hier am Kanzler auf jeden Fall und was hast du so drauf? alter du bist ja ein übelster Muskelprotz ha ein Muskelprotz wird da bestimmt Klimmzüge machen ne sicherlich wird es ein Muskelprotz Klimmzüge machen und was kann man noch einstellen? hm was geht denn hier? Poolparty oder was? huh ja Oh ok Die freuen sich, wenn da der Kopf an den Platz, oder was? Alter, was geht denn? Waren die sich einen rein, dass der Kopf an den geplatzt ist? Geht ja gar nicht. Freuen die sich? Das ist ja wohl der Absolut-Dom. Alter. Okay. Was soll ich sagen dazu? Ich glaube es ist aber so weit glücklich, oder? Ich würde sagen, wir ziehen wir mal dran. Das sind ja alles Köpfe drin. Was für ein Happy Game. Was ist das, ist das ein Arm oder ist das seine Zunge? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die Sonne freut sich auch da oben. Das macht sich auch voll einen ab. Oh schön Happy sein, ne? Das riechst das Englisch mal von der Murmel, ne? Ja, ja. Das war nämlich klar. Da kommst du nicht ran mit deinen Griffeln, hä? Hä, kommst du nicht ran, gell? Ja. 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 Ja, ich stehe das Ding ab. Da ist das Ding. Ja. Ja, ich stehe das Ding. Hii Das sieht aus, da würde der was würzen und das sieht aus, der hier oben. Jetzt würde der eine Gabel brauchen. Was hinkommen? Was hinkommen? Gebt die, gebt die Gabel, gebt die, gebt die. ja ja meine Wir bringen erst mal die Gabel weg. Die will bestimmt R haben. Ja. R. Wollte schon sagen. 100%ig R. Und er will bestimmt den Streu haben, so wie es aussieht, laut seiner Handbewegung. Eins. Genau. Jetzt mal schön mit. Und? Oh. Ja. Togogus? Haha. Awww. Awww. Jetzt? Hm. Zoller vielleicht mit mir? Oh, okay. Echt komisches, aber auch... ...dennoch echt lustiges Spiel. Irgendwie auch verstörend. Hä? Spiel das nochmal? Eigentlich sprichst du das Murmeltier? Hi, die sind ja... ...boden. Alter, was geht denn hier? Auf dem kopflosen Torso? Ach so. Ach so. Ach so. Oh, verdammt. Ich hab gedacht, der zieht uns nur den... Hä? Hopp. Ähm... Du hast aber einen ganz schön großen Wasserkopf, du, mein Freund, ne? Das bist du schon. Hm. Rollen wir denn jetzt? Was? Kann der mal wieder selbst sein? Oh. Oh. Ist das das ein Fußballstadion oder's? Oh. E�� plane! Wuh!! eelle! Ohh! Wenn man den nicht so gerne weit macht, dann schieß es halt nicht so gut rein... Oh. Dann guck mal, der geht kaputt im Tor. ist mittlerweile kaputt die Erzienten voll anlaufen lassen müssen da jetzt volle Banane nochmal drauf schießen Die Verstärkungen werden so schön Ich habe noch eine Verbreite dass er eine Verbreite dass er mit einer Verbreite Dann sind wir jetzt eigentlich dabei, weil ich es so richtig interpretiert. Und jetzt nimmst du von hinten noch meinen Lauf und ziehst das Ding voll ins Tor. Wir lieben dich! Wir lieben dich! Wir lieben dich! Alter! Ja? Gut! Oh, der Kopf ist wieder dran. Hör mal! Hör mal! Hör mal! Du Spacko! Hat das vielleicht nochmal weh? Gezogen, Alter! Gepär den Lappen! Ähm... Tolle, direkt da was aus dem Gesicht. Äh... Freut er sich da? Ich bin etwas verstört. Ich bin etwas verstört. Ich bin sehr verstört. Was geht mit ihm? Er freut sich, wenn wir den die Augen lang ziehen. Erh! 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 Alter, das Kogummi wird ja mal mehr im Mund. Oh, das freut ihr süß? Oh, merci. Oh, du Schnapp, oh, das ist mein Haar, äh, 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 also. Ja, dann hätte ich gerne wieder. Oh, Gott. Oh, Gott. Und nun? Nein. Wo ist denn mit der Schachtel hin? Komm nochmal zurück. das ist drin das sind einige drin auch jetzt keine dummheiten mein freund die 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 Ich werde das ernst nehmen. 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 irgendeine art und weise verstörend aber trotzdem interessant ah ok wir haben einen von dreien besiegt ich zeige ich nehme es an dass wir den besiegt haben das so oder was ist aus dir geworden diese misere Ja, rein? Oder? Wird ich das jetzt verstehen? Noch eins, rein. Werden die immer größer? Geh mal weg. Werden die immer größer da drin? Werden die immer größer. Werden das besser? Werden die immer größer? Fertig? Der Hauser war auf jeden Fall happy, ja? Da haben wir noch, ja? Ey, wie gesagt, es geht ja auch darum, dass der Junge Albträume hat und du sollst ihn wieder happy machen. Nicht solche Albträume, ey. Hier ein riesengroßer Smiley. Da ist eine Beule am Kopf. Ih, er kriegt Geschwüre. Das machen wir mit dem gelben Patrick draus. Oh Gott. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Happy? Dirty beatle-oes! Zahasi. Hii! Toll, der nächste Albtraum. Sauerschrecklich sein von einem Albtraum im Hörner. Wundi! Wundi! Wundi, Wundi, Wundi! Wundi, Wundi! Wundi, Wundi, Wundi! Wundi, Wundi. Hallo. Was soll man das ist? Lass den Hund los. Da kriege ich ja Anfälle. Aha. Oft mit den Hunden rumzuspielen? Du. Lass aber meinen Hund los. Mach mal deinen Pfeffi hier. Halt er mit. Hundi! Halt er mit. 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 Bist du miesesau happy wenn ich traurig bin ja? ein paar teile hört einfach mal dran nicht machen sollen da haus da haus ja wo ist ja eigentlich gerade breche ich den auf um aha die ist dabei alle sandrasieger auf linke anstrengend sein die partner rennen nach 13 auf 1 die kohletierschen mit astbeiden wie heißt es die kohletierschen was kommt ein bisschen aus was ist los von dir ich los ich komme hier ich darf doch nicht einmal weg und Oh, Tatsache. Ich würde nochmal hoch. Hoch, vielleicht sehen wir irgendwas, was wir noch verwenden können. Auch nicht. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Auch kreaturenmäßig, muss ich sagen, ich muss es einfallen lassen, ja? Jetzt wieder weiter, oder kommt das Vieh nochmal raus? Wie sehr? Ey, ja, Assis! Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Oh, das... Wie ihr meinem Hund, so ich euch! Von euch. Ey, noch von euch. Ey, noch von euch. Oh, was rennen die jetzt bitte weg? Nein, ein Ritual. All right. Voll. Uh! Ich bin ein Wettbewerb. Undi? Undi? Liebe Freunde, ich würde aber ganz fix mal noch eine kleine Pause machen wollen. Ich würde nämlich nochmal schnell was zu trinken holen. Ach, wisst ihr was? Ich war mir noch ein Käffchen und dann sehen wir uns auch gleich sofort wieder. Alles klar und dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Was ist los. Was ist los. Bis zum nächsten Mal. 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 Deine Nunch? Das Ding ist, ich kann mir jetzt auch überhaupt nichts mehr zusammenchreiben, was hier überhaupt jetzt gerade abgeht. Bist? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gabi? Alles? Okay. Okay. Was soll ich sagen? Kurzes, aber echt gelungenes Spiel. Also. Hut ab. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Cool. Auf jeden Fall. Was für ein Happy Game, wa? Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen.